Willkommen im Dschungel. Das Sommerhaus ist zurück. Macht euch bereit für einen weiteren heißen Sommer im berüchtigsten Haus im deutschen Fernsehen. Das Sommerhaus der Stars hat wieder seine Türen geöffnet und heißt eine neue Gruppe von Promipaaren willkommen, die ihre Beziehungen im gnadenlosen Scheinwerferlicht auf die Probe stellen wollen. Aber dieses Jahr gibt es eine neue Herausforderung. Vergesst Sonnenschein und Cocktails. Diese Staffel verspricht ein echter Dampfkochtopf der Emotionen zu werden. Angeheizt von hitzigen Konfrontationen, unerwarteten Allianzen und einer gepfefferten Portion vegetarischem Drama. Schon beim Überschreiten der Türschwelle lag Spannung in der Luft. Kameras fingen jeden Seitenblick, jeden geflüsterten Kommentar und jeden dramatischen Ausbruch ein und ließen keinen Zweifel aufkommen. Diese Staffel wird explosiv. Schnallt euch an, wenn wir tief in das Herz des Sommerhauses der Stars eintauchen, wo Egos aufeinander prallen, Tränen fließen und nur die stärksten Paare überleben werden. Lasst die Spiele beginnen! Grün vor Neid Vegetarische Woche sorgt für Empörung. Die erste Bombe der Staffel platzte noch, bevor die Koffer ausgepackt waren. Dieses Jahr wird das Sommerhaus der Stars grün. Zumindest für eine ganze Woche. Die Produzenten haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die Teilnehmer auf die Probe zu stellen. Die Ankündigung, dass im Haus die ersten sieben Tage ausschließlich vegetarisch gegessen wird, schlug ein wie eine Bombe. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Einige begrüßten die Herausforderung, während andere vor Wut schäumten. Die Meinungen gingen weit auseinander und es war klar, dass diese Entscheidung für reichlich Gesprächsstoff sorgen würde. Tessa Bergmayer, überzeugte Veganerin, zeigte sich begeistert und sah darin eine Chance, ihren Lebensstil zu präsentieren. Sie hoffte, dass die anderen Teilnehmer durch diese Erfahrung offener für eine pflanzliche Ernährung werden würden. Doch ihre Begeisterung wurde nicht von allen geteilt. Einige Teilnehmer fühlten sich bevormundet und waren alles andere als erfreut über die Aussicht, eine Woche lang auf Fleisch verzichten zu müssen. Theresia Fischer und ihr Partner Stefan zeigten sich wenig beeindruckt. In ihren Gesichtern spiegelte sich eine Mischung aus Unglauben und Abscheu über die Aussicht auf eine Woche ohne Fleisch wieder. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie sie diese Zeit überstehen sollten. Das vegetarische Thema entwickelte sich schnell zu einer Zündschnur. Die Spannungen im Haus nahmen zu und es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Konflikte ausbrachen. Aus Gesprächen über Essen wurden hitzige Debatten, in denen sich die Vegetarier von den Fleischessern Vorwürfe anhören mussten, sie würden belehrend und selbstgerecht auftreten. Die Diskussionen wurden immer intensiver und emotionaler. Die Bühne war bereit für einen kulinarischen Kampf der Kulturen, der der ohnehin schon angespannten Atmosphäre eine unerwartete Brisanz verlieh. Die Zuschauer konnten sich auf eine Woche voller Dramen, Tränen und vielleicht auch ein paar überraschender Wendungen freuen. Konfrontation Tessa und Sams explosives erstes Aufeinandertreffen Schon wenige Minuten nach ihrer Ankunft war klar, dass Tessa und Sam auf Kollisionskurs waren. Ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten prallten von Anfang an spektakulär aufeinander und gaben den Ton für eine äußerst volatile Beziehung vor. Tessa, bekannt für ihre offene Art und ihre klare Meinung, ließ keine Zeit verstreichen, um ihre Präsenz zu demonstrieren. Ihre direkte Kommunikationsweise, die oft als konfrontativ interpretiert wurde, stieß Sam sofort übel auf. Sam, der nie vor einer Konfrontation zurückschreckt, begegnete Tessas temperamentvollen Aussagen mit sarkastischen Sprüchen und einem gepfefferten Augenrollen, was die Flammen ihrer Abneigung weiter anheizte. Ihr erstes Aufeinandertreffen eskalierte schnell zu einem lautstarken Schlagabtausch, bei dem die Anschuldigungen wie Giftpfeile durch den Raum flogen. Die anderen Bewohner des Hauses sahen teils amüsiert, teils besorgt zu, wie sich zwischen diesen beiden Alphatieren die Fronten verhärteten. Eines war sicher. Dies war nur der erste Akt in einem langen und dramatischen Showdown. Tränen und Wutausbrüche. Sams Provokationen gehen unter die Gürtellinie. Seine Worte sind oft wie scharfe Messer, die tief schneiden und Wunden hinterlassen. Eines muss man Sam dillen lassen. Er weiß, wie man Leute auf die Palme bringt. Mit einer Mischung aus Scham und Boshaftigkeit zieht er die Aufmerksamkeit auf sich und sorgt für ständige Unruhe. Mit seiner scharfen Zunge und seiner Vorliebe fürs Zündeln etablierte sich Sam in Windeseile als der Provokateur im Sommerhaus. Seine Fähigkeit, die Schwächen anderer zu erkennen und auszunutzen, machte ihn schnell zum gefürchteten Gegner. Doch seine Eskapaden sorgten nicht immer für Lacher. Oftmals überschritt er Grenzen, die nicht überschritten werden sollten, und brachte damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Schwierigkeiten. Sams spitze Bemerkungen über Emmas Vergangenheit bei Temptation Island gingen eindeutig zu weit. Seine Worte waren nicht nur verletzend, sondern auch respektlos und unangebracht. Seine unsensiblen Kommentare, in denen er ihre Teilnahme an der Show mit Prostitution verglich, trieben Emma die Tränen in die Augen und sorgten für Entsetzen im Haus. Die anderen Bewohner waren schockiert und konnten kaum glauben, was sie hörten. Emmas Partner Umut war außer sich vor Wut und stellte Sam in einer hitzigen Auseinandersetzung zur Rede, die beinahe handgreiflich geworden wäre. Die Spannung im Haus war greifbar und es schien, als könnte jeder Moment explodieren. Sams fehlende Reue heizte die Situation nur noch weiter an und brachte die anderen Bewohner dazu, seine Motive zu hinterfragen und ihn als Störenfried abzustempeln. Seine Unfähigkeit, Verantwortung für seine Worte zu übernehmen, machte ihn zum Außenseiter. Der Vorfall deckte die Schattenseiten des Spiels auf und verdeutlichte den schmalen Grat zwischen Unterhaltung und Grausamkeit. Es wurde klar, dass Sams Provokationen nicht nur für Drama sorgten, sondern auch echte Schmerzen verursachten. Taktieren und Täuschen Allianzen und Verrat bei der ersten Nominierung Die Teilnehmer wussten, dass jede Entscheidung, die sie trafen, weitreichende Konsequenzen haben würde. Jeder Schritt musste sorgfältig überlegt sein. Denn ein falscher Zug konnte das Ende ihres Traums bedeuten. Die erste Nominierungszeremonie zog wie eine dunkle Wolke über das Sommerhaus und warf einen Schatten voraus. Die Spannung war greifbar und jeder wusste, dass dies der Moment war, in dem sich die Spreu vom Weizen trennen würde. Der Druck war immens und zwang die Paare, strategische Entscheidungen zu treffen, die über ihr Bleiben im Spiel entscheiden konnten. Jeder versuchte, seine eigenen Interessen zu schützen, während er gleichzeitig versuchte, die anderen zu durchschauen. Allianzen wurden geschmiedet und auf die Probe gestellt und Verrat schnitt tief, als die Stars ihr wahres Gesicht zeigten. Freundschaften wurden auf die Probe gestellt und es wurde schnell klar, dass Vertrauen ein kostbares Gut war. Sam und Rafi, die wegen Sams Verhalten ohnehin schon ausgegrenzt waren, gerieten ins Visier. Ihre isolierte Position machte sie zu leichten Zielen und die anderen Paare zögerten nicht, dies auszunutzen. Ihre konfrontative Art hatte ihnen wenige Freunde eingebracht, was sie zu leichten Zielen für die anderen Paare machte, die ihre eigene Haut retten wollten. Die Spannungen eskalierten und es wurde klar, dass das Spiel härter wurde. Auch Tessa und Jakob mussten trotz ihrer anfänglichen Beliebtheit um ihren Verbleib im Haus fürchten. Ihre Popularität schützte sie nicht vor den Intrigen und Strategien der anderen. Die Spannung im Raum war mit Händen zu greifen, als die Stimmen abgegeben und Allianzen enthüllt wurden. Jeder wusste, dass dies der Moment der Wahrheit war. Und die Atmosphäre war elektrisierend. Die erste Nominierungszeremonie war eine deutliche Erinnerung daran, dass das Sommerhaus der Stars nicht nur eine Reality-Show ist. Es ist ein Spiel ums Überleben, bei dem die Emotionen hochkochen und nur die gerissensten Spieler bis zum Ende durchhalten werden. Die Teilnehmer mussten nicht nur ihre physischen Fähigkeiten, sondern auch ihre psychologische Stärke unter Beweis stellen, um in diesem intensiven Wettbewerb zu bestehen. Die Teilnehmer mussten nicht nur ihre technischen Fähigkeiten, sondern auch ihre technischen Fähigkeiten! Das war die. Vielen Dank.